Welcome to the fire, I'm the one with the fire. Hi Freunde, herzlich willkommen zum In-N-Outside-EU-Podcast, das ist Folge Nummer 63. Sozusagen wieder unsere Zwischenfolge, wo wir das dritte Workout vom Verband besprechen, nämlich den Bodyweight-Test. Ich bin euer Hostiassi und der Markus wird am Start. Und dieses Workout-Folge, würde ich mal sagen. Klassische Arbeitsteilung. Genau. Das Workout ist dieses Mal Bodyweight, wie der Name schon sagt, mit hauptsächlich dem Körpergewicht. Es sind fünf Runden auf Zeit, mit einer Timecap von 15 Minuten. Und zwar die fünf Runden von 40 Single Unders, also Normalseilspringen, 30 Air Squats, 20 Knee Races an der Klimmzugstange und 10 Hand Release Push-Ups. Knackig. Knackig, da ist ganz schön was zu tun Ihnen. 15 Minuten, wenn man es ganz einfach runter dreht, hält immer drei Minuten pro Runde. Wenn man es fertig bringen will, muss man erst mal machen, wenn man jetzt nicht der effizienteste im Seilspringen ist. 30 Kniebeugen dauern auch. Die Knee Races, der Klimmzugstange, eine Kombination nach den Kniebeugen, können schon auch zäh werden. Und die 10 Hand Release Push-Ups, 10 Push-Ups so sind schon, nicht ohne im Workout. Und dann mit Hand Release ist schon nochmal eine andere Nummer. Denke ich auch. Ich glaube, dadurch, dass man es ja filmen muss, erübrigt sich das mit dem Aufbauen. Das heißt, da kann man eigentlich schon gar nicht den Kapitalfehler machen, alles zu weit auseinanderzustellen. Aber ich denke, die Transition Time, die wird auf jeden Fall entscheidend sein, weil wie du da von Station zu Station wechselst. Aber wie gesagt, dadurch, dass man es filmen muss, denke ich, wird es sich eher übrigen, dass du alles sehr nah filmtechnisch sowieso zusammenstellen musst. Also kann man gar nicht so weit wandern. Naja, je nachdem, wenn es ein Seilspringen bei Single-Anders ist nicht so schlimm, aber bei Double-Anders wandert man ja schon mal ganz gern, wenn man nicht so effizient springt. Da würde ich sagen, auf jeden Fall ist vielleicht der ultimative Tipp, das Seil immer schon sortiert wieder hinzulegen, damit man es gleich aufheben kann und nicht erst so drübersteigen, dann nach hinten schlagen, dann sozusagen geht es erst los und dann steigst du gleich so ein, dass das Seil sozusagen schon hinter dir steht und dann brauchst du es eigentlich bloß aufheben und kannst loshopseln. Ja, und nach dem Single-Ander genauso, sich die zwei Sekunden nehmen, das Seil ordentlich hinlegen und dann kann man ja gleich fließend in die Airscots übergehen. Dann halt gleich zur Klimmzugstange. 90 Grad drehen, ab zur Klimmzugstange, genau. Ja, für die Knee-Races ist es zu sagen, es ist ähnlich wie beim Toe-to-Bar, dass man unten komplett gestreckt sein muss. Und die Fersen müssen hinter dem Rack sein, quasi hinter der Projektion von der Klimmzugstange müssen die Fersen dahinter sein. Ja. Das ist vielleicht ein bisschen ungewohnt, weil wenn man normale Knee-Races macht, sind die vielleicht mal gerade so gerade unten, aber nicht hinten. Wenn man ganz gerade hängt, sind die Fersen wahrscheinlich nicht dahinter, weil man ein bisschen in der Hollow-Position ist, sondern da wirklich darauf achten, dass die Fersen hinter der Projektion von der Stange sein müssen. Ja, vielleicht zum Single-Ander noch dazu. Ich würde mal sagen, beeilen kannst du dich da, wenn du es echt voll checkst. Ansonsten spring dir einfach sicher durch, weil da machst du jetzt auch nicht so viel, sag ich mal, Sekunden gut, wenn du dich da irgendwie beeilst und dann deswegen halt einen enormen Stress für den Rest des Workouts hast. Also einfach angepasst, kann man zügig durchhopseln, wenn es wirklich einfach fein ist. Ansonsten, ja, glaube ich, ist das zu vernachlässigen, was du daraus willst. Ja, aber nicht gerade, wenn man es länger nicht übt oder denkt, man ist ganz gut in Double-Anders, nicht denken, ich muss die Single-Ander dann wahnsinnig beschleunigen. Ja. Weil da bleibt man öfter mal hängen, ein, zwei Mal, und das kostet mehr Zeit, als wenn man so einen Tick moderater einfach konstant durchspringt. Ja, Squads, würde ich auf jeden Fall mal darauf achten, dass die Raps anständig sind. Also wirklich Hüfte strecken, zieht euch anständige Klamotten an, vielleicht nicht schwarze Hose, schwarzes Hemd, weil dann ist einfach für den Judge nicht sichtbar, ob der Rap gut ist oder nicht. Und da kann man dann mal schnell so zwei, drei No-Raps kassieren, die hängen die dann sekundenweise wieder hinten dran. Also kannst du es eigentlich dann auch gleich auch wieder in einem moderaten Tempo so durchziehen. Das wird ein Maximum an Geschwindigkeit geben, was da jeder fahren kann. Und ab da werden halt die Raps dann unsauber. Deswegen, da würde ich auch mal lieber auf Nummer sicher gehen. Wenn du da an Broken durchgehst, mit, sage ich mal, einer anständigen Transition-Zeit, dann ist das schon schnell genug. Ja, da schauen wir uns wirklich, dass man tief genug ist. Und auch, was öfter vergessen wird, wie tief genug gehen, glaube ich, ist oben ganz strecken. Oben ganz strecken ist schwierig. Dass es oben der Schultergürtel weit vor der Hüfte ist, sondern es muss alles komplett eine Linie sein. Genau, da würde ich darauf achten. Und der ist hier ein Tipp mit Klamotten, weil die meisten Boxen haben leider einen schwarzen Boden. Oder haben einen schwarzen Boden. Wenn man dann schwarze Klamotten anhat, je nachdem wie der Kamerawinkel ist, sieht man es halt auf dem Video gar nicht, ob das Knie jetzt höher ist oder die Hüfte. Einfach zieht euch da kontrastreich an. Das ist eh ein Tipp, wenn man es filmen muss, weil anders sieht man halt nichts. Ja, man will ja auch anständige Videos abliefern, ganz ehrlich. Also sollte ja schon der Anspruch sein. Den Judges, die eh alles freiwillig und ehrenamtlich machen, dann es noch schwerer machen, indem man es nicht sehen kann, muss ja auch nicht sein. Nein, und vor allen Dingen, wenn dann, sage ich mal, da jetzt wirklich so absolute Sekunden noch irgendwo abzuschleifen, das ist dann eh nur, sage ich mal, für die oberen 1%. Und die haben es jetzt in dem Stadion noch gar nicht nötig, da wirklich um jeden Rap zu falschen, würde ich jetzt mal gucken. Ja, und die haben ja auch die Sicherheit in den Movements, dass sie wissen, wie schnell sie es machen können, dass der Rap noch zählt. Da wird es für einige Leute ein Limit geben, sodass die Wiederholungsanzahl einfach schneller nicht zu bewältigen ist und es ist aber wahrscheinlich trotzdem gar nicht so anstrengend, wenn man einfach in den Movements wirklich sehr, sehr sicher ist. Für andere Leute, denke ich, ist das Timecap dann auch durchaus knackig, gerade so bei Push-Ups, wenn man da vielleicht nochmal so drauf kommen, dann neigt man vielleicht dazu, dass du sagst, okay, die erste Runde folge ich noch durch, weil 10-Hand-Release-Push-Ups kann ich, aber vielleicht, wenn das halt ein Max ist, ist das halt dann für die nächste Runde jetzt nicht ganz so schlau. Also da würde ich mir auch immer welche im Tank lassen. Vielleicht lieber schnelle Dreierwiederholungen, 2 Sekunden irgendwie oben halt ausschütteln, dann verlierst du vielleicht am Ende 3, 4 Sekunden auf den Satz, aber brauchst halt dann nicht da hinten raus dann diese ganz großen Pausen. Also da würde ich mir gar nichts denken, wenn ich die wirklich auf kleine Wiederholungsanzahlen runterbreche und dafür halt einfach wirklich paar machen, also vielleicht sogar zwei machen, schütteln, zwei machen, schütteln, das kann durchaus auch eine Strategie sein, gell? Ja. Ja, und die Knee-Raisers, 20 klingen erstmal nicht. Ich glaube, die sind nicht so ohne, weil man muss sie ja erstmal eine Zeit festhalten. Dann ist es auch kaum eine Übung, die wir zum Beispiel mit Kipp machen. Wir lassen die ja immer strikt machen. Wobei, wenn du Kipping-Toast-Suba kannst, dann werden die Kipping-Raisers sehr leichter. Es ist ja im Programm, weil damit jeder Athlet mitmachen kann. Und dann, wenn du es immer strikt machst, macht es auch keinen Sinn dafür jetzt versuchen, den Kippen reinzukriegen. Nee, gar nicht. Du wärst sogar schneller mit den Strikten. Also da würde ich tatsächlich auch so eine Version einfach fahren, was ich jetzt eh schon immer gemacht habe. Wenn ich schon souverän Kipping-Toast-Suba am Stück 20 zum Beispiel kann, klar mache ich dann auch 20 Knee-Raisers am Stück, aber ich glaube, die Frage stellt sich für die Leute gar nicht. Aber ja, wenn du zum Beispiel noch keinen Toast-Suba kannst, und da denke ich, sind relativ viele Leute mit dabei und sowieso im Workout schon immer Knee-Raisers vielleicht gemacht haben, die würde ich auch auf jeden Fall einfach aus der Kraft heraus mehr machen, weil wahrscheinlich ist das unanstrengender, als ständig mit dem Baumeln klarzukommen. Ja, und was man nicht vergessen darf, es dauert halt auch, je nachdem wie schnell man ist, die Griffkraft. Das mag in Runde 1 noch okay sein, aber wenn ihr jemand seid, ihr wisst, länger wie 20 Sekunden hängen, nur statisch ist eh schon schwierig, dass ich es von der Griffkraft und von der Hand nicht tolerieren kann, dann macht es keinen Sinn, versuchen die 20 immer am Stück zu machen. Ja, und den Kipp noch mit dazuzunehmen als extra Belastung, da bleibe ich doch lieber einfach hängen, zieh die Knie hoch und fertig. Genau, und mache dann da auch vielleicht noch 10 Pausen, wenn es vielleicht von der Knee-Rais selber noch gehen würde, aber mein Griff wird müde, weil der Griff wird müde, werden die Schultern müde, und danach müsst ihr die Push-Ups machen, das wollt ihr auch nicht mit müden Schultern machen. Eine Sache vielleicht noch zu den Leuten, die Kipping machen, da würde ich ganz vermehrt darauf achten, dass ihr nah am Körper bleibt, also wirklich einkuggeln wie ein Bällchen, und von, wenn die Knie oben sind, direkt wieder zurück auf einen guten Rhythmus in den Superman achten, weil man dann erstens ja sofort, wie gesagt, schon einen guten Rhythmus hat, aber ich sehe oft einen Fehler, dass die Leute die Knie erst runternehmen, und erst dann geht es zurück, und das kostet halt jedes Mal extra Kraft, und ist einfach auch unnötig, also da wirklich wirklich einfach nah dranbleiben, sich wirklich ein bisschen einkuggeln, und dann direkt aus der Position wieder zurückgehen, ja, dann habt ihr einfach mehr Spannung in dem Ganzen drin. Ja, und die Hand-Release-Push-Ups, muss man dazu sagen, ab Altersklasse 50, dürfen die von den Knien gemacht werden. Das heißt, dürfen, müssen, aber nicht. Und gerade, wir haben es vorher diskutiert, weil wir ein paar Masters-Athleten haben, wenn ihr gute Push-Ups habt, macht es eigentlich keinen Sinn, dann auf die Knien drin zu wechseln, weil für die Bewegung habt ihr einfach auch kein Muster. Wenn ihr sagt, ihr macht sowieso immer 20 Push-Ups am Stück, dann tun euch die 10 Hand-Release nicht weh. Ihr werdet nicht schneller sein, nur wenn ihr es von den Knien macht, eher wahrscheinlich langsamer, weil die Bewegung ungewohnt ist. Bei dem Push-Up muss nämlich sowohl die Brust als auch die Oberschenkel berühren, und das ist von den Knien, finde ich, schwerer, auch zum Aufstehen. Ich habe es vorher getestet, weil meine Push-Ups sind ja auch relativ entspannt normal, also das wäre jetzt kein Problem für mich, immer an Broken Door zu ziehen, aber ich habe es trotzdem mal auf den Knien getestet, ob ich mir dann auch leichter tun würde. Nein, weil du sozusagen dann immer, wenn die Oberschenkel zuerst weg müssen, dich dann einfach in einen ungewohnten Winkel begibst. Und wie gesagt, wenn du Push-Ups normale gewohnt bist und da einfach weißt, die sind angenehm für dich, dann gibt es da wirklich keinen Grund, die von den Knien zu machen. Also spart man sich nichts. Genau, und von den Regeln ist es so, dass wir beim Runtergehen die Brust und die Oberschenkel berühren müssen, beim Aufstehen müssen aber die Oberschenkel zuerst weg sein. Damit will man halt verhindern, dass diese Schlangen-Cobra-Push-Ups da entstehen. Und das ist halt leichter von den Zehen aus, weil wenn ihr quasi wieder Spannung aufbaut und eine Körperspannung reinkriegt, Rumpf ist fest, dann gehen die Oberschenkel automatisch schon vom Boden weg, dann könnt ihr schön nachdrücken. Wenn ihr das selber von den Knien probiert, das ist deutlich schwieriger. Ich habe gesagt, die erste hat es getestet, ihr helft euch nichts, wenn ihr denkt, ihr macht es euch damit leichter. In dem Zusammenhang haben wir noch ein kurzes Thema vorhin besprochen, nämlich über Knee-Sleeves, ja oder nein, und sind zu dem Schluss gekommen, dass wenn du weißt, dass du das mit normalen Push-Ups durchziehen kannst, und vor allem wahrscheinlich so eher am Stück, dann würde ich tatsächlich keine Knee-Sleeves anziehen. Erstens, weil sie bei den Knee-Raises und den Single-Anlass und bei den Push-Ups halt einfach, glaube ich, so ein bisschen zu sehr staunen. Also gerade bei den Push-Ups, da braucht man ja seine Oberschenkel, das spürt man dann erst, wenn man wirklich das in dem Workout schon mal gemacht hat, wo es mit Air-Squats eben kombiniert wird. Also immer, wo ein Workout, Air-Squats und Push-Ups zusammen sind, und das High-Rep spürt man in den Push-Ups wirklich echt die Beine. Deswegen würde ich die tatsächlich weglassen. Aber der Marco hat vorher ganz zu Recht gesagt, wenn es jetzt Master-Athleten sind, die vielleicht von den Knien aus die Push-Ups machen, dann würde ich tatsächlich schon die Sleeves empfehlen. Das kannst du ja mal erklären, warum du das gesagt hast. Ja, weil wenn du auf den Knien bist, hast du wieder den Druck auf den Knien, ähnlich wie es vor zwei Wochen beim Strength-Test war, bei den Lunches, dass man einfach nicht mit der Kniescheibe, die ein bisschen empfindlich ist, auf dem harten Boden ist, sondern da einfach nur die Unterstützung hat, dass es ein bisschen weicher ist. Da geht es nicht um große Stabilisierung vom Knie, sondern einfach ist es ein bisschen weicher, es ist nicht so unangenehm. Wenn ich die Hand-Release von den Knien mache, dann bin ich, sage ich mal, wahrscheinlich jemand, der eh nicht zu viele am Stück macht. Das heißt, ich verbringe mehr Zeit kniend, wie jemand, der schneller durch ist und da muss es mir ja nicht schwerer machen. Ja, und vielleicht auch bei 30 Air-Squats halt eben auch nicht mehr 30 Sekunden machen, sondern vielleicht auch deutlich mehr. Deswegen sage ich ja, wenn du wirklich weißt, du feuerst es durch, würde ich auf gar keinen Fall welche anziehen, weil der Pump einfach zu groß wird. Und ja, ansonsten, welche dran, wenn es einem wohler damit ist, dann hat man auch bei den Air-Squats ein bisschen diese Dämpfung. Es sind ja dann doch ein paar Reps. 150 in Summe. Ja, genau. Und es ist Winter. Und es ist Winter, genau. Genau. Zum Push-Up vielleicht ein ganz shameless Plug. Wir haben euch ein Tutorial vor einiger Zeit zum ersten Push-Up aufgenommen. Verlinken wir euch hier oben. Könnt ihr euch das auch gerne anschauen, wenn ihr sagt, okay, heuer mache ich noch Hand-Release von den Knien oder quäle mich irgendwie durch und habe noch keinen Push-Up. Schaut euch das Video an. Das hilft euch sicher, dass ihr zu eurem ersten Push-Up kommt und das sehr souverän wird. Ja, wenn da einer vielleicht zuhört, der sagt, ich mache jetzt das Work-Up mit und es wird jetzt mein erster Push-Up, kann er ja vielleicht einen Push-Up richtig machen und den Rest dann auf den Knien weiter, falls du über 50 bist. Nee, Entschuldigung, doch über 50. Und ansonsten, genau, wäre das doch auch mal ganz cool. Du machst halt bis 20 Knee-Races und deinen ersten Push-Up. Das ist doch auch geil. Ja, ansonsten gebt uns gerne Feedback, wie euch die kurzen Podcasts zum Thema Tests so gefallen, ob es euch was geholfen hat. Und ich würde sagen, dann hören wir uns am Samstag eh nochmal, wenn die nächste Folge rauskommen. Ja, genau. Alles klar, Freunde. Ciao. 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 Ciao.